Herzlich willkommen zu unserem Nachmittagsprogramm hier in der XR Conference in der XR Area der Medientage München. Mein Name ist Sebastian Sorg und ich bin heute der Tagesmoderator schon beim letzten Programmpunkt angekommen, der Lesung aus Roboy und Lucy vom Autor persönlich live für uns heute. Albert Butzesan wird uns jetzt etwas vorlesen, eine Lesung, die etwa eine Viertelstunde dauert. Wir haben gerade eben darüber gesprochen. Albert, schön dich hier zu haben. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Danke, freut mich. Jetzt interessiert mich natürlich als erstes, sitzt du in deiner Kammer, in der du schreibst und arbeitest oder woher dürfen wir dich begrüßen? Kommt hin, also ich bin hier am Chiemsee gerade und habe im letzten halben Jahr mir hier so eine kleine Schreibecke eingerichtet. Normalerweise arbeite ich in München, aber ich habe eine ganze Menge geschrieben, kann man also so sagen. Man kennt dich ja aus dem Netz schon, aus JoFix, die Startupper und aus der wöchentlichen News-Satire, Smile News der Woche. Was machst du denn sonst so? Also Roboy und Lucy ist ja ein Teil von, ich weiß nicht, ich hatte eine ganze Gruppe von Leuten, die sich auseinandersetzen über bestimmten Themenbereich. Kannst du uns dazu mehr zählen? Ja, also das Roboy-Team baut tatsächlich einen humanoiden Roboter. Zu dem kann ich nicht allzu viel sagen, weil ich wirklich technisch nur interessiert bin und selber sowas nie im Leben bauen könnte. Aber ich habe ihn gesehen, der ist sehr beeindruckend und tatsächlich auch echt. Und jetzt haben wir uns als Team Lucy dazu gedacht, die eben seine beste Freundin ist. Sie ist ein Mensch und erklärt zusammen mit ihm verschiedene Technologien. Und da dachten wir uns, damit wir eben Kindern diese echten Technologien besser präsentieren können, fangen wir an, Kinderbücher zu schreiben, wo sie immer ein Problem vorgestellt bekommen, wie heute werdet ihr gleich hören. Zum Beispiel einen autistischen Nachbar, der Emotionen eher schwer erkennen kann und versuchen dem dann mit Hilfe einer echten Technologie zu helfen. Genau. Und das ist Roboy und Lucy. Genau. Quasi fiktionalisiert, basierend auf echter Technik. Das Buch, aus dem du vorliest, hat ja neben Roboy und Lucy auch noch den Untertitel Der Nachbar mit der magischen Brille. Ich muss da sofort an meine Kinder denken und wie wir das letzte Mal umgezogen sind und dann sofort auf die Nachbarn geguckt wurde und was die seltsames tun, lassen, machen, wie die sich. Da ist eine große Aufmerksamkeit. Ich finde das wirklich sehr charmant, dass das mit dem Nachbar geschieht. Und ich würde jetzt natürlich als erstes gerne fragen, wie viele Kinder sind jetzt hier im Raum? Können wir leider nicht sagen, aber wie sind deine Erfahrungen oder eure Erfahrungen mit dem Buch, seitdem ihr es herausgegeben habt? Sehr, sehr positiv. Also was mich halt sehr freut, ist, dass wir Geschichten bekommen von Menschen, die halt auch ihren Kindern Autismus erklären wollen. Jetzt konkret in dem Buch geht es eben um den autistischen Nachbar Erik. Und das ist sehr schwierig für Kinder, die damit wenig Kontakt haben, wenig ausgesetzt werden, zu verstehen, warum andere Menschen oder autistische Menschen sich anders verhalten. Und das Schöne daran ist eben, es ist nicht nur so ein Guide, der ein bisschen erklärt, was Autismus ist, sondern gibt halt auch die Möglichkeit für, naja, eben einer Technologie, die diesen Personen helfen kann. Also es ist so ein schöner Spannungsbogen, der Kinder dann auch hoffnungsvoll stimmt und nicht nur so, ah, okay, ja, ist halt ein bisschen anders, aber ich kann jetzt damit nicht umgehen, sondern hey, da gibt es tatsächlich was, das helfen kann. Also das hat mich eben sehr gefreut, das zu hören. Also das freut mich auch sehr und deswegen möchte ich jetzt gar nicht weiter langweilen, sondern wir freuen uns sehr auf die Lesung, Roboy und Lucy, der Nachbar mit der magischen Brille. Lieber Albert, legt los. Wunderbar. Da ist es. Wunderschön illustriert auch. Das heißt, ich werde auch immer wieder die Bilder zeigen. Und hier sehen wir auch die drei Hauptfiguren in dem Buch. In der Mitte ist Lucy, hier haben wir Roboy und da ist Erik, den wir gleich kennenlernen. Und da unten die mysteriöse magische Brille. Heute war ein entspannter Tag für Lucy. Sie war zwar etwas einsam, weil Roboy mit Opa in der Werkstatt war, aber sie vertrieb sich die Zeit mit ihrem Riesenteddy. Sie hatte dem Teddy schon drei Bücher vorgelesen, zwei verschiedene Strecken für ihre Modelleisenbahn gebastelt und einen Kuchen mit Oma gebacken. Aber der Tag war immer noch kaum angebrochen. Oma, mir ist langweilig, sagte Lucy. Wann kommt Roboy zurück? Oma antwortete. Heute musst du ohne Roboy auskommen. Opa hat sich ein paar neue Funktionen für Checker die Drohne ausgedacht und baut sie mit Roboy ein. Vielleicht sind die beiden aber schon am Nachmittag fertig. Lucy nickte, aber insgeheim war sie etwas enttäuscht. Normalerweise war Roboy immer da, um ihre Fragen zu beantworten und die Welt mit ihr zu erforschen. Oma hatte aber eine Idee. Eine neue Familie zieht gerade ins Nachbarhaus ein. Sie haben einen kleinen Jungen in genau deinem Alter. Vielleicht gehst du mit ihm spielen, schlug sie vor. Lucy grinste, auja, und rannte in ihr Zimmer. Sie schnappte sich ihren geliebten Teddy und lief nach draußen. Und hier sehen wir eben Lucy, wie sie ihrer Oma sagt, dass ihr langweilig ist. Und da rennt sie raus. Vor dem Haus nebenan standen einige Autos mit großen Anhängern. Ein paar Erwachsene trugen große Kisten in das Haus hinein. Auf der Wiese saß der Junge, von dem Oma gesprochen hatte. Lucy ging zu ihm. Hallo, ich bin Lucy. Ich wohne nebenan mit Oma und Opa. Der Junge wirkte etwas überrascht. Er zögerte kurz. Dann antwortete er, ich heiße Erik. Lucy setzte den Riesenteddy auf die Wiese und stellte ihn vor. Magst du mit mir spielen? Erik sagte nichts und starrte den Teddy an. Dann stand er plötzlich auf, schnappte den Bären und rannte davon. Hier sehen wir eben die Umzugshelfer und Lucy, wie sie Erik begrüßt. Und hier diese schöne Interaktion, wo sie Erik den Teddy anbietet und er einfach damit davonläuft. Und sie möchte zum Nachbarhaus hin, aber naja, das ist ein wenig gruselig. Lucy lachte und rannte Erik hinterher. Doch er blieb nicht stehen und lachte nicht mit. Sie musste kurz verschnaufen. Erik lief aber weiter und verschwand in seinem Haus. Lucy war sehr verwirrt. Sie wollte nicht zu den ganzen unbekannten Erwachsenen im Nachbarhaus gehen, um Erik weiter hinterher zu laufen. Der Tag hatte schon einsam begonnen, aber jetzt war sogar ihr Teddy weg. Das war für Lucy ein bisschen zu viel. Sie setzte sich hin und weinte. Lucy, was ist los? ertönte eine bekannte Stimme. Es war Rowboy, frisch aus der Werkstatt. Er lief blitzschnell zu ihr rüber. Rowboy, sagte Lucy und lächelte schon wieder ein bisschen. Opa und ich waren heute besonders schnell, sagte er. Checker kann jetzt viel mehr als vorher. Rowboy erkannte aber ganz schnell, dass Lucy wegen irgendetwas traurig war. Aber Checker ist noch immer die gute alte Drohne, keine Sorge, warf er besorgt hinterher. Aber das war nicht, weshalb Lucy weinte. Was ist denn los, Lucy? Es wohnt ein neuer Junge nebenan. Er hat meinen Teddy geklaut und gibt ihn nicht zurück, erklärte sie. Jetzt ist er in dem Haus und ich trau mich nicht, ihm hinterher zu laufen. Rowboy nickte und sagte, jetzt sind wir ja zu zweit. Gehen wir doch zusammen hin. Die beiden gingen zu Eriks Haus. Die Haustür stand offen, aber sie klingelten trotzdem. Aus Höflichkeit. Und hier ist eben Rowboy, der Lucy tröstet. Und hinter ihm Checker die Drohne, die jetzt noch viel besser fliegen kann. Eriks Mutter kam zur Tür. Sie lächelte und grüßte freundlich. Hallo ihr beiden, seid ihr unsere neuen Nachbarn? Lucy lächelte etwas. Rowboy traute sich einen Schritt vor und sagte Hallo. Ja, ich bin Rowboy. Das hier ist Lucy. Im Haus, hinter seiner Mutter, kam Erik langsam um die Ecke gelaufen. Er hielt den Teddy in seinen Armen. Lucy freute sich, ihren Bären wiederzusehen. Doch Erik machte ihr etwas Angst. Eriks Mutter sah den Bären auch und fragte, Erik, was hast du da? Woher hast du diesen Teddy? Lucy zögerte kurz und sagte dann, das ist meiner. Rowboy fügte hinzu. Erik hat ihn Lucy weggenommen und ist dann einfach davon gelaufen. Hier ist Eriks Mutter mit Erik. Eriks Mutter nickte verständnisvoll. Sie nahm Erik sanft bei der Hand und führte ihn zu Rowboy und Lucy. Erik hat Schwierigkeiten zu erkennen, wie es jemandem geht. Erik hat Autismus, sagte sie. Meistens spielt er lieber alleine. Er ist sehr lieb, aber das kommt nicht immer so an, wie er das möchte. Erik fällt es schwer, Gefühle anderer Menschen zu entziffern. Lucy fragte, ist das eine Krankheit? Rowboy schaute angestrengt. Er durchsuchte seine innere Datenbank nach Informationen über Autismus. Dann antwortete er, nein, Erik ist nicht krank. Autismus ist nämlich nicht ansteckend. Es ist einfach ein Teil von seiner Persönlichkeit. Oh, sagte Lucy. Ich wollte nicht, dass Erik mir meinen Teddy wegnimmt. Ich dachte, er wollte mich ärgern. Aber Erik hat gar nicht gemerkt, dass mir das nicht gefällt. Erik nickte langsam. Rowboy erklärte weiter. Lucy, wenn du ein Gesicht anschaust, kannst du erkennen, ob jemand glücklich oder traurig ist? Lucy nickte. Ja, genau. Das ist für dich einfach. Aber selbstverständlich ist das nicht. Als ich gebaut wurde, habe ich lange Zeit auch keine Gefühle erkannt. Es gibt so viele verschiedene, sagte Rowboy. Manchen Autisten hilft es, wenn man nett und deutlich sagt, was man möchte. Erik lächelte sanft. Und hier sind ein paar Beispiele für wie Erik die Welt sieht. Oben spielt er lieber alleine, weil es ihm schwerfällt, sich mit anderen Menschen auszutauschen. Da erkennt er Emotionen eben sehr schwierig. Und naja, er dachte, die Katze wollte nur spielen. Aber naja, den Umgang mit der muss er noch lernen. So. Und hier durchsucht Rowboy seine innere Datenbank. Weil Rowboy hat einen direkten Zugang zum Internet und kann immer die neuesten Informationen raussuchen. So. Magst du mir den Teddy zurückgeben, Erik? fragte Lucy. Ich habe es nicht gemocht, dass du ihn mir einfach weggenommen hast. Okay, sagte Erik leise und reichte Lucy ihren Bären zurück. Sie umarmte den Bären fröhlich. Aber kann man Erik nicht irgendwie helfen? fragte Lucy. Wenn Opa Elon etwas nicht versteht, dann schaut er immer im Wörterbuch nach. Kann Erik nicht in einem Wörterbuch für Gefühle nachschauen? Eriks Mutter lächelte. Sie wollte etwas sagen, aber Rowboy war schon wieder tief in seinen Gedanken versunken. Vielleicht hatte er eine Idee. Rowboy war selbst überrascht, als er fertig gesucht hatte. Wow, das war ein guter Ansatz, Lucy. Es gibt sowas. Ganz in unserer Nähe, sagte er. An der Universität Stanford, wo viele schlaue Wissenschaftler arbeiten, hat sich ein junger Mann etwas Tolles ausgedacht. Er heißt Katalin und kann Erik vielleicht helfen. Wollen wir ihn besuchen? Erik schaute seine Mutter an. Sie freute sich und sagte, das klingt toll. Ich muss noch auspacken, aber ich wünsche euch dreien viel Spaß. Und da ist Katalin. Und den gibt es wirklich und er arbeitet an der Stanford University, an der Technologie, die wir gleich sehen werden. Und so sieht das aus an der Universität. Und da fliegt Checker wohl doch nicht ganz so gut. Der muss vielleicht gleich wieder in die Werkstatt. Die große Stanford Universität war ein riesiges, sonniges und sehr weitläufiges Gelände. Um zum richtigen Gebäude zu finden, projizierte Rowboy eine große Landkarte in die Luft vor sie. Die Karte war so groß und ablenkend, dass die drei fast in den jungen Erfinder Katalin rein, hinangelaufen werden. Er war gerade unterwegs in sein Labor. Hallo ihr drei, was sucht ihr denn? fragte der junge Mann. Erik hat Autismus und wir wollen ihm helfen, antwortete Lucy. Dann seid ihr aber genau am richtigen Ort. Ich bin Katalin und mein Team und ich haben gerade unsere neue Brille fertig gebaut, sagte Katalin stolz. Lucy war verwirrt. Brille? Ich dachte, ihr habt ein Wörterbuch für Gefühle. Katalin lachte. So habe ich mir die Brille noch nie vorgestellt, aber der Gedanke ist nicht falsch. Sie funktioniert wie eine Art Wörterbuch, antwortete er. Schauen wir sie uns gleich mal an. Vielleicht können wir Erik weiterhelfen. Hier treffen sie auf Katalin zum ersten Mal. Da ist Lucy ein bisschen verwirrt zwischen der Brille und dem Wörterbuch, aber das klären wir gleich. Die Gruppe ging in Katalins Labor. Auf seinem Schreibtisch lagen ein paar elektronische Geräte und Kabel. Sonst sah der Raum aus wie ein schönes, aber normales Büro. Ich glaube, ich weiß sogar, was all diese Sachen hier sind. Lucy begann, die Geräte näher anzusehen. Sie versuchte, alle zu benennen, die sie erkannte. Das ist ein normaler Roboterarm. So einen hat Opa auch. Das hier sind normale Kabel, wie aus der Werkstatt, sagte sie. Davon habe ich auch viele, sagte Roboy. Und hier mein persönliches Lieblingsbild im ganzen Buch. Die große, das große Labor von Katalin, wo Lucy alles versucht zu erkennen. Oh, aber was ist das? Das sieht ja kaum aus wie eine Brille. Da fehlen ja die Gläser, wie bei Opa, sagte Lucy über ein seltsam aussehendes Gerät. Katalin erklärte. Wir nennen das Gerät Superhero Glasses. Das bedeutet so viel wie Superheldenbrille oder magische Brille. Vor einem Auge ist ein kleines Fensterchen, durch das man schauen kann. Daneben ist eine winzige Kamera. Wenn man die Brille trägt, zeigt sie einem an, wie sich die Leute um einen herum fühlen. Das kann Autisten helfen, zu erkennen, wie sich ihr Gegenüber gerade fühlt. Lucy war begeistert. Cool, dann hätte Eric ja gesehen, dass es mir nicht gefallen hat, als er mit meinem Teddy weggelaufen ist. Auch Eric trug ein sanftes Lächeln. Er nahm die Brille in seine Hand und setzte sie auf. Katalin freute sich. Lass sie uns ausprobieren, Eric, sagte er. Katalin machte eines der Handys an, das mit der Brille verbunden war. Er drückte ein paar Knöpfe auf den Bildschirm und Eric konnte loslegen. Roboy fragte. Muss Eric die Brille immer tragen, wenn er Gefühle besser erkennen will? Katalin sagte stolz. Das ist das Tolle an der Sache. Wir glauben, dass Autisten nur manchmal mit den magischen Brillen üben müssen und die Brillen dann wieder absetzen können. Sie ist quasi nur eine Lernhilfe. Das klingt aber sehr anstrengend. Dann muss Eric ja nicht nur aufpassen, was jemand erzählt, sondern auch noch Gefühle durch ein Fensterchen lesen, sagte Lucy. Und hier, so sieht die Brille aus, wenn Eric sie trägt. Da sieht man die einzelnen Bauteile. Und drunter, wie es aussieht für ihn, wenn er durch die Brille jemanden anschaut. Erik lachte. Alle schauten ihn an. Er sagte, das ist wie ein Spiel. Katalin grinste und erklärte, wir haben die Brille und das Programm im Handy so entwickelt, dass es viel Spaß macht, sie zu verwenden. Wir haben mehrere Spiele eingebaut, mit denen man Gesichtsausdrücke üben kann. Wenig später war Eric fast fertig mit seiner ersten Übungsstunde. Er war schon viel glücklicher als vorher, weil er nun ein paar neue Gesichtsausdrücke lesen konnte. Kann ich jetzt den Teddy haben? fragte Eric vorsichtig. Wir können gerne zusammen mit ihm spielen, ja, sagte Lucy. Eric zögerte kurz und musterte ihr Gesicht. Er las im Fensterchen der Brille, was sie ihm anzeigte. Lucy lächelte freundlich. Eric lachte auch und umarmte zusammen mit Lucy den dicken Plüschbären. Roboy und Katalin grinsten ebenso. Der Tag hatte für Lucy einsam begonnen. Aber jetzt hatte sie so viele tolle neue Leute und Ideen kennengelernt. Wer weiß, was morgen Gutes passieren würde. Und hier das letzte Bild, wie sie sich umammt. Genau, das war's. Ja, lieber Albert Burzesan, vielen Dank für diese spannende Lesung. Man würde sich ja fast selber wünschen. Also ich meine, es ist kein Autismus, aber ich glaube, in vielen Zusammenhängen wäre das doch sehr praktisch, wenn man auf diese Art und Weise lernen könnte und lesen könnte, was die verschiedenen Eindrücke um einen herum eigentlich zu bedeuten haben. Eigentlich schon. Ich meine, theoretisch, wenn man diese Technologie jetzt sehr, sehr weit treibt, würde man ja über das normale menschliche Vermögen auch hinausgehen und dann quasi Super-User werden, Super-Erkenner. Wie, wenn ich das jetzt so höre, die Geschichte, dann ist das im Prinzip alles immer based on true stories, also auf wahren Begebenheiten, auf wahrer Forschung. Wie kommt ihr oder wie kommst du an all diese aktuellen Forschungsthemen? Kennst du diese Menschen alle persönlich? Reist du von einem Kongress zum nächsten, um dir immer die spannendsten neuen Entwicklungen quasi zusammen zu recherchieren? Oder wie kommt es dazu? Ich würde sagen, der Raphael Hohstedtler, der Leiter des Rowboy-Teams, ist am aktivsten. Also ich glaube, es gibt keine Technologiekonferenz mehr, wo kein Rowboy vor Ort ist, den man sich anschauen kann. Und zusammen tragen wir dann Ideen. Aber den Katalin konkret für die Story hat man mir vorgestellt und dann haben wir auch geskypt, um auch zu schauen, dass ich die Technologie eben richtig beschreibe und auch Autismus selbst realistisch darstelle. Ja, beeindruckend. Also mir hat das einige Augen geöffnet. Das ist eine Geschichte, die ich so vorher noch nicht kannte. Ich finde es toll, wie das aufbereitet ist. Und ich muss auch wirklich sagen, toll, wie du es gelesen hast. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wer jetzt noch mehr von Albert Bozesan in Zukunft hören und sehen und mitbekommen möchte, wo kann man dir am besten folgen? Also mir persönlich als Autor, ich habe Twitter, Instagram und so weiter, da bin ich auch eigentlich immer aktuell. Einfach at Albert Bozesan auf beiden Plattformen. Für das konkrete Buch und Rowboy und Lucy an sich gibt es auch jeweils Seiten. Einfach Rowboy und Lucy googeln. Und falls ihr jetzt auch keine Kinder habt und trotzdem wissen wollt, wie ich persönlich jetzt neue Technologien verarbeite, die mir vielleicht nicht so gefallen, muss ich an der Stelle auch sagen, ich habe Jure Fix, hast du auch am Anfang schon erwähnt, eine Sitcom über die Startup-Szene in Deutschland geschrieben mit allen möglichen alten Comedy-Legenden. Also Tommy Krabbeweis von RTL Samstag Nacht, Hugo Egon Balder, Wiegald Bohning sind alle mit dabei. Das muss ich auf jeden Fall empfehlen an der Stelle. Da gibt es die erste Folge gratis auf FYEO. Und ist sehr lustig. Gut, dann vielen herzlichen Dank, lieber Albert und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntagabend. Ebenso, vielen Dank für die Einladung. Bis bald, ciao.